Unter Entschleunigung verstehe ich, dass wir das Gegenteil machen von dem, was wir den ganzen Tag über tun, nämlich zur Ruhe kommen, sich vor ein Bild hinzusetzen, das Bild zu betrachten, das Bild zu einem sprechen zu lassen und dann in einem kunsttransartigen Zustand sich einfach in das Bild hinein zu verlieren, solange bis alle Gedanken weg sind und nur mehr das Kunstwerk einem ganz gefangen nimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lade Sie ein, sich auf dieses außergewöhnliche Projekt einzulassen. Es genügt, im Internet www.esl.museum anzuwählen. Sie bekommen einen Termin und dann sind Sie mit dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020